Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Wir waren hier letztes Mal stehen geblieben, äh da ist die Sonne hell, um einen Teleporter zu bauen und den haben wir jetzt auch gebaut, damit wir, ja wir haben ja jetzt genug Energie. So, da wollen wir jetzt mal das aktivieren. Moment, ist so lange nicht mehr gespielt. Hier. So. Dann los geht's, würde ich sagen. Ich will nur ein bisschen handeln. Äh, nein. Wir wollen nicht handeln. Achte darauf, dass alles am selben Netz hängt. Die Teile müssen miteinander kommunizieren können, weißt du? Ja. Es läuft doch. Oder nicht? Ich muss dafür sorgen, dass es am selben Netz wie der restliche Signalfänger hängt. Bitte was? Och, nö. Wir haben was Falsches gebaut. Ähm. Wie kann man das jetzt machen? Hier, oder was? So geht's auch nicht. Scheint zu funktionieren. Ja, jetzt funktioniert's. Okay. Sehr schön. Alter. Ich sehe mir gar nichts mehr was. Von meiner Seite sieht alles gut aus. Bist du bereit auszuprobieren, ob das zeitwörtlich funktioniert? Warte. Ähm, bereit. Legen wir los. Bist du sicher? Ja. Okay. Du musst auch nicht viel machen. Stell dich einfach auf die Plattform. Ich suche nach einem Signal des Instituts, dass wir kapern können. Dann schmeiß ich das Ding an und wir schauen mal, was passiert. Okay. Benutze. Hatte Füße bekommen? War nicht gut verstehen. Na gut. Stellen wir uns mal hier rein. Warte. Ähm. Hallo? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Okay. Jetzt nicht mehr bewegen. Ja. Keine Ahnung. Ich hab mir gedacht, dass das die perfekte Gelegenheit ist, so viel wie möglich über das Institut und ihre Pläne rauszufinden. Auf diesem Holoband ist ein Programm, das ihr Netzwerk untersucht und alles kopiert, was es findet. Ähm. Wir sollten uns besser beeilen. Ähm. Hier ist schon ein Schlauch. Hahaha. Hier ist nur der Arschbaktion. Ja, genau. Suche nach dem Institutssignal. Was zum... General Radiobereich. Hallo? Ab es. Reif die Arschbaktion zusammen. Ähm. Ah. Oh Gott. Okay. So beamt man sich älter. Yes. Wir haben es geschafft. Wir leben noch. Wahnsinn. Und hier ist das Institut, oder was? Okay. Benutzen wir das Ding mal. Mhm. Signal umgeleitet. Ja, was sollen wir jetzt machen? Ist doch gut. Ist doch gut. Hallo. Vater? Ähm. Ich hab mich gefragt, ob du es schaffen wirst. Du bist ziemlich einfallsreich. Man nennt mich Vater. Das Institut wird von mir geführt. Ich weiß, warum du hier bist. Ich möchte mit dir reden. Von Angesicht zu Angesicht. Geh bitte in den Aufzug. Alter, wer ist das? Ab in die Anstalt. Ja, aber echt. Wo ist der Aufzug? Wo ist der Aufzug? Ich seh den auch. Hä? Hier oder was? Unzugänglich. Okay, dann kann man immer mitnehmen. Wo denn jetzt? Ach, in den hier. Okay. Ist es dir nicht möglich? Geht's noch? Was denn? Wir können doch hier nichts machen. Fehler. Was soll ich jetzt machen? Hä? Ich verstehe es nicht. Wir können doch hier nichts ändern. So. Ändert das was? Ich glaube nicht. Ja gut. Ist etwas kaputt gegangen. Wer nicht. Klemmt. Klemmt. Wir müssen jetzt mal gucken. Ähm. Daten. Ab in die Anstalt. Achso. Ich bin ja schlau, ne? Okay, was soll man jetzt, ähm... Wo ist denn die Solo-Band? Okay. Hier ist es nicht. Benutzen. So. Ach, da steht's ja. Ähm. Was soll man da? Ähm. Netzwitz, genau. Oder? Das war's doch. Herunterladen. Okay. Das haben wir jetzt schön gemacht. Gut. Jetzt alles kaputt machen. Nee, warte mal. Warte mal. So, wir jetzt erst... Nee. Wir gehen jetzt in die Anstalt. So, Jan. Wieso geht denn das nicht? Let's los. Ich verstehe es nicht. Hä, wie kommen wir denn hier weiter, bitteschön? Das gibt's doch nicht. Da. Es geht nicht. Ja, und was soll ich denn hier? Jetzt geht's, oder was? Hä? Jetzt versteht doch kein Mensch. Ich kann mir vorstellen, was du gehört hast. Was du über uns denkst. Ich möchte dir zeigen, dass du vielleicht einen falschen Eindruck hast. Willkommen im Institut. Alter. Das ist die Realität des Instituts. Dieser Ort. Diese Leute. Was? Das ist unsere Arbeit. Seit über 100 Jahren widmen wir uns dem Überleben der Menschheit. Jahrzehnte der Forschung, unzählige Experimente und Hirn. Eine Vision, wie die Wissenschaft die Zukunft formen kann. Es war nie einfach. Und unsere Aktionen werden von denen über der Erde offen falsch interpretiert. Eines Tages können wir ihm vielleicht zeigen, was wir geleistet haben. Bis dahin müssen wir im Untergrund bleiben. Ja, du hast die hier gebaut, Tom. Das Rinko wäre einfach zu groß. Wie du gesehen hast, sind die Dinge oben. Instabil. Ich möchte dir erzählen, was wir tun können. Für alle. Aber das kann warten. Du bist aus einem bestimmten persönlichen Grund hier. Wegen deines Sohnes. Ja. Das ist er, oder was? In dieser Zelle. Alter. Kaputt. Da brauche ich den Schlüssel. Da komme ich nicht auf. Das Schloss lässt sich nicht knacken. Bringt nichts. Hä? Und was sollen wir dann jetzt hier? Ich habe den Schlüssel nicht. Wo ist denn der Schlüssel? Toll, wir sind zu schwer. Das war nicht clever. Inventar. Schrott. Ähm, wie viel sind wir denn zu schwer? Na gut, das kann man wegschmeißen. So, jetzt geht's wieder. Das geht nur mit einem Schlüssel auf. Ja, und woher kriegen wir den Schlüssel? Das gibt's doch nicht. Aber hier gab's doch keine Tür oder sowas. Nee. Das gibt's doch nicht. Woher kriegen wir jetzt den Schlüssel? Aber Wahnsinn, was sie da erschaffen haben. Fragt sich nur, wofür? Am Arsch. Am Arsch. So, vielleicht? Das klemmt. Sag mal, wie kriegt man denn das hier auf? Da brauche ich den Schlüssel. Aber woher denn, bitteschön? So, lass mal hinsetzen. Hä, aber es steht doch nichts weiter hier in den Daten. Ich hab den Schlüssel nicht. Kaputt. Das gibt's doch nicht. Jetzt stecken wir, wir bleiben jetzt hier oder was? Also, wir bleiben eh ernsthaft jetzt hier für immer oder was? Da komm ich nicht auf. Was soll denn das? Ich hab doch nichts übersehen oder so? Ich verstehe es nicht. So, gehen wir nochmal ganz zurück. Hier muss doch irgendwas sein. Jetzt bewegt dich doch. Ne, geht nicht. Das geht nur mit deinem Schlüssel auf. Das Schloss lässt sich nicht knacken. Das geht nur mit deinem Schlüssel auf. Das gibt's doch nicht. Da liegt auch kein Schlüssel auf dem Boden. Oder? Nö. Hä, wie kommen wir denn da rein? Ich verstehe es nicht. Ich verballere nur meine Munition, aber gut. Nö, geht nicht. Das klemmt. Nutz los. Das klemmt. Ja, und wie kann ich da rein? Da brauche ich den Schlüssel. Alter, woher soll ich den Schlüssel jetzt bekommen? Da wird mir nicht mal irgendwas angezeigt auf diese Kackkarte. Das Schloss lässt sich nicht knacken. Wir können hier so viel Randale betreiben, wie wir wollen. Das geht nicht. Hä? Toll. Außer hässlicher Musik, gibt's hier nichts. Ja. Mann ey. Nichts. Das regt doch auf. Ich kann hier nichts machen. Geht nicht. Wir kommen nicht weiter. Da komme ich nicht auf. Ich habe doch alles hier angefasst. Ich verstehe es nicht. Jetzt gibt's doch nicht, dass wir hier stundenlang rumsitzen. Mann, wie ging das nochmal? Hier? Da, bitte. Das bringt auch nichts. Oh Gott. Keine Chance hier. Aufzug. Nö. Aber der ist stabil. Ich habe den Schlüssel nicht. Wann mal. Die hier klemmt doch. Klemmt. Die klemmt immer noch. Ja. Ganz toll. Wir sitzen jetzt hier drinnen. Fest. Toll. Also Leute, ich würde mir mal das hier genau ansehen und mich melden, wenn ich was finde. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Junge. Junge. toe